Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Film Ranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Eine Restaurantkette? Also die Kunden bestellen telefonisch und wir liefern frei Haus. Haschisch, Marihuana, Bollen, Bio-Skunk. Ein Unkraut? Alles wächst und gedeiht, gutes Versteck, trotzdem viel Sonne. Ungeziefer? Blattläuse, Mann, hier sind überall Blattläuse. Vielleicht kann ich euch helfen, ich baue es selber an, wisst ihr? Lass ihn anbauen. Oder kann man Lambock etwa rauchen? Ich bin schwarz-weiß. Was, bist du? Ja, Zero-Zero. Kickt mitunter sogar zeitverzögert. Ich dachte, ihr habt ja auch Pflanzen drin mit einer Höhensonne. Ey, Mann, wir sprechen hier nicht von zwei Pflanzen im Badezimmer oder so. Für unsere Plantage, da brauchst du keine Höhensonne, da brauchst du eine ganze Galaxis. Alle, legen Sie sich doch einmal, ich gebe den Fangschuss. Willst du nur eben den Kofferraum aufmachen? Meine Routine. Tja, ich kann Ihnen eigentlich auch gleich sagen, was Sie da drin finden werden. Zwei Leichen und drei Kilo Rauschgift. Warum schließe ich ihn nicht mehr zu betrügen, dann habe ich ihn mal im Fremdgehen. Zum Staubsauger. Die Frage nach ihren sexuellen Gewohnheiten kann ich mir dann gerutscht behalten. Stefan. Moritz bleibt treu. Verlieren, verlieren. Zwei Rauchen. Schön Zero-Zero. Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Und ich habe ein Problem. Sie liegt seit Monaten im Koma. Das war nicht meine Mutter! Die Mauer ist weg. Eigentlich ist das kein Problem, aber meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Alles, warum sie glaubt, hat sich ein paar Monate in der Luft aufgelöst. Einfach so. Nur jetzt ist sie aufgewacht. Einen zweiten Infarkt muss sie nicht überstehen. Ja, nur die Gefahr einer Aufregung von ihrer Mutter fernhalten. Was soll ich denn jetzt machen? Der ernste Krempel muss hier raus. Mama muss das Zimmer genauso vorfinden, wie sie es verlassen hat. Es hat sich ja gar nichts verändert hier. Was soll sich auch schon verändert haben? Ich habe so einen Heißhunger auf Spreewaldgurken. Auf Spreewaldgurken? Mensch Junge, wo lebst du denn? Wo soll ich denn die Fernsehgucken können? Drei, zwei, eins. Berlin. In den DDR-Botschaften Prag und Buda. Wie ist das mit den 20 Mark? Hier ist die Arbeit. Wie ist das, was auf der Wiese, das Korn auf dem Feld... Mama, du bist die beste Mutter auf der Welt. Alex? Und wir lieben dich alle. Was denn das? Sie ist in dieser Nacht aus der Strafvollzugsanstalt Dortmund ausgebrochen. Karl-Heinz Krabowski ist gewalttätig. Ich habe nicht gesagt, dass ich nichts machen will. Ich will jetzt erstmal mein Leben genießen. Was mit dem Geld? Alles auf Häusche. Ich komme morgen vorbei. Da habe ich die Kohle. Warum soll ich in unserer Firma einbrechen? Eine Hand wäscht die andere. Also was ist nur, ja oder nein? Warte mal ganz rein, will ich auf den Sack gehen, weißt du das? Ich ziehe das Ding allein durch. Ein Schlucker, wir sind Kollegen. Hey, die haben mich bescheißt, wir bescheißen eine andere. Die sind doch mit der Kohle schon längst um alle Berge. Ja, es wäre doch scheißegal. Habt sie doch nicht mehr alle. Alle Scheiße, Mann! Wie geht's im Blutbad? Entschuldigung, könnt ihr mal kurz unterbrechen? Uwe, so kann ich nicht arbeiten. Ich meine, das ist der totale Abdörner. Ich meine, jetzt guck mal hier. Die Latte ist ja sofort unten. Ach was, das geht ja bitte nicht schon die ganzen Tage so. Und was kratzt euch hierher? Ach, du Wetter. So, ist ja auch gut heute. Sie müssen schon was sagen, sonst passiert hier gar nichts. Also das hier ist keine Wasserpistole? Ich weiß, das ist jetzt eine dumme Frage, aber weißt du, es kommt nicht so oft vor, dass meine Kunden hier in den Schlafanzug reinkommen. Allah rutscht rüber, soll ich jetzt dein Gehirn pusten, oder was? So geht's rein. Verdammt! Das Helsinki-Syndrom bestrattet einen Umschwung im Verhältnis der Gase zum Gase-Nehmer. Ja, gute Arbeit, Jungs! Nee, das genügt. Kommt hier hin. Kenn ich sie nicht irgendwoher? Äh, ne. Ja, das wollte ich sagen. Ich entscheide, wann mir ihre Röhren zum Halse raushängen und ich weiß auch schon wann. Jetzt! Ab morgen bin ich voll und ganz für meine Familie da. Was heißt denn das? Ich bin pensioniert. Dann hol ich mal den Nachtisch. Halt! Stellen Sie das wieder dahin! Wie sind Sie hier reingekommen? Durch die Haustür. Wie ist Ihr Name? Kleinert. Ich mache hier sauber. Mein Gott, was sind Männer unsensibel! Genügt es, wenn ich mich irgendwie auflöse? Trüb, Tauberhain, am Musenginst. Gravel. Gravel. Was ist los? Ich habe das Letzte nicht verstanden. Macht ja nichts, macht ja nichts. Ich habe ja Zeit. Ich habe ja Zeit. Ich habe ja Zeit. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.